Das klingt ziemlich riskant. Batsch, das wird ein Kinderspiel. Genau, die haben nicht mal großartig Security beim Konvoi dabei. Oh, wie schön. Außerdem leisten wir damit unseren Beitrag im Kampf für den Weltfrieden. Warum sollte dieses Monster in irgendeinem Dritte-Welt-Bürger-Krieg enden? Cool. Hier setzen wir es sinnvoller ein. In Amerika. Wolltest du wieder versuchen, Saul zu überreden? Keine Chance, hm? Nein. Okay, alle herhören. Militech wird den Basilisken-Einzelteilen auf zwei Trucks transportieren. Moment mal. Höre ich da Unsicherheit raus? Fick dich. Wir stoppen den Konvoi am Bahnübergang an der 101. Wir greifen von hinten an und verziehen uns so schnell es geht. Noch Fragen oder Wünsche? Das klingt zu einfach. Verdächtig glückliche Zufälle. Genau die Tag, die ihr braucht. Wird euch quasi auf einem Silbertablett serviert? Ja. Saul meinte auch, dass das bis zum Himmel stinkt. Diese Infos zum Konvoi. Woher habt ihr die? Carol hat die Militech-Kommunikationskanäle gehackt. Gut genug für dich? Gut gemacht, Carol. Okay, bin dabei. Okay, danke. Als erstes fahren wir zum Bahnhof. Du findest mich cool, gern. Da liegt die Lok zum Blockieren der Konvoi-Route. Kommst du mit uns mit oder treffen wir uns dort? Ich komm mit. Ich komm mit. Sehr gut. Los geht's. Kannst du kurz schauen? Ich glaub, deine Stimme hat ein bisschen gezittert. Wie im Leben. Ach, komm schon. Hattest doch bestimmt ein bisschen Pipi in der Hose. Leg mich. Pipi in der Hose? Okay. Aber bist du sicher, dass du keine Spuren hinterlassen hast? Militech wird nichts merken? Willst du mich mit dem Anruf anbieten, Bobby? Okay, okay. Hab nichts gesagt. Kommandosystems CVS-Pazem. In der offiziellen Pressemitteilung der Regierung heißt es, die Schweiz kann endlich ihr Ziel kompletter Neutralität erreichen. CVS-Pazem wird unsere Grenzen sichern, aber die Schweiz wird niemals als Aggressor auftreten. Das war's für jetzt. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Panam. Mach bitte das Radio aus. Panam. Wir sind jetzt los. Jetzt die Wut. Ah, wir warten. Was auch jemand? Okay. Gute Idee. Merkt im Lager keiner, dass ihr nicht da seid? Ach, Sol will uns da eh nicht sehen. Will doch nur einen besseren zweiten Eindruck auf die Biotechniker-Fuzzis machen. Eure angefressenen Gesichter würden da nicht helfen. Würden sie in der Tat nicht. Nur einschützen, Auto? Was ist mit den Ruffen? Sind da Probleme zu erwarten? Denkt Sol zumindest. Hat rund ums Lager Wachen aufgestellt. Und was ist daran falsch? Er bekämpft weiterhin die Symptome und nicht die gottverdammte Krankheit. Vermisst du nicht das Leben in Night City? Manchmal vielleicht. Ich vermisse dieses Gefühl von Neuanfang. Freiheit. Aber ich erinnere mich auch noch an die Lehre. Wenn man begreift, dass nichts etwas bedeutet, wenn man alleine ist. Ja, ich musste mich auch erst umgewöhnen. Obwohl ich nie vollkommen alleine war. Du hattest jemanden? Einen echten Freund. Ist Jackie. Du hättest ihn übrigens gemacht. Ja, Mann. Jackie. Werd ich mir merken. Aber der Beste. Wir sind da. Wir sind da. Fettes Teil. Wenn du so drauf stehst, vielleicht sollten wir nur den Zug klauen. Und auf den Basilisk pfeifen. Und dann fahren wir nur dieses Monster zu 101 und wieder zurück. Da wäre Saul sicher mit am Start. Bereit? Bereit. Okay. Der Militech-Konvoi wird von Night City zur Basis fahren, wo wir auf den Käufer treffen. Wir halten ihn am Bahnübergang auf. Dafür müssen wir nur dieses Schätzchen in den Weg schieben. Noch irgendwelche Fragen? Wie genau wollt ihr das Ding bewegen? Alter Tech. Carol wird sie hacken müssen. Dann muss ich irgendwie Autorisierung vom Kontrollturm bekommen, um sie zu bewegen. Der Turm sieht auch inaktiv aus. Unsere Sorge. Oh, mir fehlt eine Knarre. Einen Moment. Wir haben hier 300... Was steht da? Benötigt. Benötigt. Was? Charakter haben wir noch was? Machen wir meine Coolness wieder ein bisschen. Er kann ich nicht mehr Upgrade. Varnition. Passiv. Net. Panam und du, ihr besorgt einfach den Autorisierungscode. Okay. An die Arbeit. Ich kenne Munition. Panam? Spricht mit den Nomaden optional. Okay. Hallo. Was macht ihr beiden? Ich finde meine innere Ruhe vor dem Sturm. Und Teddy schaukelt sich die Eier. Klingt verlockend. Respektiere deinen Einsatz. Selbstachtung führt zu Selbstdisziplin. Wenn du beides hast, besitzt du wahre Stärke. Okay. Viel Spaß, Leute. Dann hätte ich noch mit dir. Ach, hallo auch. Bist du hier, um dich nützlich zu machen? Ja. Kann ich das denn? Eigentlich nicht. Du weißt nicht so recht, warum du hier bist, oder? Panam hat mich um Hilfe gebeten. Mhm. Sie kam zurück zu uns, hat Mitch und den Rest wieder auf ihre Seite gebracht. Und trotzdem ruft sie dich an. Schon komisch, oder? Gibt's noch jemanden, mit dem ich sprechen kann? Glaub nicht. Soll ich mal? Klar. Aber an deiner Stelle würde ich mir erst einen anderen Weg reinsuchen. Hm. Einen anderen Weg reinsuchen soll ich mir. Was ist das? Selbst wenn das klappt, wird's soll richtig sauer sein. Wie läuft's bei euch? Blendend. Wir haben alles angeschlossen. Und nichts funktioniert. Es funktioniert schon, nur nicht zuverlässig. Wie? Kannst du das scannen? Ich hab nämlich keine Lust, alles nochmal auseinandernehmen zu müssen. Was soll ich scannen? Das? Kaputter Kondensator. Der dritte von rechts. Ja. Hm. Tatsache. Moment. Ich tausch ihn aus. Versuchen wir's nochmal. Ha. Funktioniert. Danke, V. Ja. Diesen Schritt wäre ich jetzt sieben. Bitteschön. Wow. Das ging schnell. Ja. Kann ich das direkt anziehen? Schneller Nachkampfangriff ist cool. Scheiße, was hab ich genommen? Es ist nicht mal, dass er uns beide da... Hat Panam was vor? Was haben wir hier? Hm. Ich mochte Züge schon immer. Und an den Bahnhöfen führen so viele Schienen zusammen. Mhm. Weichen. Ja, genau. Wenn man die von oben sieht, dann fühlt man sich... Frei. Als ob man zu tausend Reisen gleichzeitig aufbrechen könnte? Ich meine eher... Hoffnungsvoll. Hoffnungsvoll. Okay, da wären wir. Carol! Wonach suchen wir? Lachkarten. Was für Karten? Ländliche Karten mit Löchern in Reihen. Lach... Lochkarten? Willst du mir suchen? Ja, ja. Na klar. Hier oben sieht sie nicht. Was war das? Hier nicht. Okay. Die muss hier irgendwo sein. Wie? Nada. Schau dich nochmal um. Was ist das? Hier? Aha. Ist nichts. Ist nichts. Er ist ein Spritter. Hier ist es. Nada. Was? Was soll es sonst denn? Okay, okay. Lochkarten. Sieh an, sieh an. Was haben wir hier? Ich hab was. Sehr gut. Ich hab's nicht. Ins Lesegerät. Also wie? Die Karte? Ins Lesegerät? Ja. Dann wollen wir mal. Es hat geklappt. Sieh! Mhm. Kleine, tapfere Dampflok. Ja. Episch. Weh. Ich wollte mit dir reden. Spuck's aus. Worüber willst du reden? Oh. Ich weiß, das klingt dumm, weil ich dich um Hilfe gebeten hab. Aber, äh, warum hilfst du mir? Ähm, was wollen wir? Weil ich weiß, äh, nein. Bist traurig. Vertraust du mir wieder nicht? Dachte, wir hätten das geklärt. Ich weiß, ich kann auf dich zählen. Aber. Aber, so was hat noch nie jemand für mich gemacht. Nicht ohne Haken. Du meinst, niemand außerhalb der Familie. Family. Ja. Vielleicht sollten wir beide drüber nachdenken, was das heißt. Und fast in der Führers denken. Gehen wir zurück zu den anderen. Der Konvoi. Habt ihr ihn unter Beobachtung? Ja. Harrel belauscht hin und wieder ihre Kommunikationskanäle. Alles läuft wie geplant. Bis jetzt. Bis jetzt. Ah, jetzt auf einmal nicht mehr. Und wann haben sie das denn so schnell hingekriegt? Weißt du, wo Panam ist? Oh, es ist mir scheißegal, was zwischen euch beiden sonst noch läuft. Ich habe eine einfache Frage gestellt. Ich hätte gerne eine klare Antwort. Ah, sie will mir mit dir reden. Nein. So. Ist das mein Bier? Ja, sie ist doch. Hat sich Panam verlaufen oder was? Braucht sie 100 Jahre. Ja, die kommt. Park deinen Arsch für eine Minute. Alles ist unter Kontrolle. Der Konvoi ist schon unterwegs in unsere Richtung. Dann lass uns hinmachen und warten. Ja. Ja. Musst gar nicht so nervös sein. Ist nicht die erste, die sich gegen Saul auflehnt. Ach, spar dir die Anekdote. Ich brauche kein Trost. War es jemand, den ich kenne? Kannte. Skorpion. Er kam aus dem Krieg zurück. Hatte den Kopf voller neuer Ideen. Und einen Haufen neuer Kontakte. Wollte Saul überzeugen, dass wir uns Snake Nation anschließen. Meinte, das würde uns stärker machen. Snake Nation, ne? Davon hat er mir nie ein Wort gesagt. Was hat Saul gemacht? Saul hat ihn regelrecht fertig gemacht dafür, der Familie Ärger zu machen. Scheiße. Er hat ihm ein Jahr lang keine Jobs gegeben. Na, das ist ja ein Trost. Danke. Du meintest selbst, du brauchst keinen... Trink. Wir sollten einen trinken. Auf Skorpion. Auf Skorpion. Auf das hier. Und auf Jackie. Was hast du gesagt? Jackie. Er redet nicht viel vom Krieg. Was gibt's schon zu sagen? Die haben einen in einen Panzer in Mexiko gesteckt und gesagt, volle Kraft voraus, Soldat.